Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Heute mit einer neuen Waffe und ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten. Zumindest die, die diesen Part gucken. Denn heute der Part ist im Livestream entstanden, weil es zeitlich... Ja, hat es jetzt nicht ganz so hingehauen, dass ich das separat aufnehme. Daher heute hier im Livestream und heute mit einer Sniper mal wieder. Schon länger her, seitdem wir eine Sniper genommen haben. Zekori Zielkonzentrator. Wir hatten schon mal diesen normalen Zekori Konzentrator genommen. Und die Zielvariante bisher noch nicht. Extrem hohe Reichweite. Gucken wir mal, wie es wird. Tauschen wir ein und dann geht es gleich los. Und daher, bis gleich. So, mit dabei in meinem Team Maxwell. Im Gegnerteam Carter, Walfan und Max. Und hier sind wir im Schwertmuschelreservoir. Und gucken wir mal, was draus wird. Mit Zielfernrohr dieses Mal mal wieder. Vielleicht so auch mit... Vielleicht meine zweite Waffe mit Zielfernrohr. Vielleicht auch meine erste Waffe. Ich weiß es gar nicht. Habe ich schon eine Waffe mit Zielfernrohr hier im Dien-Spiel? Ich weiß es nicht. Nur viel, weil es kann sehr lustig werden. Warum ich mich freue jetzt auf die hohe Reichweite. Mal gucken, wie das wird. Ich habe fast alle deine Waffe. Ich habe jetzt fast alle deine Waffe, dass wir geguckt, ob da schon mal Snipe-Lets-Spieler noch mal gespielt. Ah, okay. Ah, Mist. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Und ich habe auch zu spät mein Schutzschild da aufgestellt. Na gut. Ich bin auch so rumgeschwommen. Du hast es schon richtig gemacht. Achso, okay. Ich bin aber auch so rumgeschwommen. Dann habe ich das falsch gesehen. Aber hier, Teamate, es hält bisher die Stellung hier. So, wow. Ah, du schon wieder. Ich habe dich gar nicht kommen sehen. Digga, ich habe erst mal mit der Brust um dich getroffen und dann einfach noch mit dem Charge. Das ist dann die perfekte Kombi von den Dingen. Du musst halt sehr aufpassen. Der kann überall kämpfen. So ein Ding. Das hätte ich kriegen können. Oh, scheiße. Und weg. Tschüss. Tschüss. Nein, Mist. Oh Mann, ich hätte es nicht kriegen können. Das Ding ist, das wird dann suffiziert. Aber bist du halt auch wirklich ein komplettes Opfer für Splatanas. Ja, ja. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich hoffe mal im nächsten... Ah, Mist. So. Ich hoffe, im nächsten Kampf bist du in meinem Team, meine ich. Das wäre sehr wünschenswert. Ich habe noch eine andere Waffe. Du kannst auch gerne eine andere Waffe zocken. Habe ich kein Problem mit. Nein, 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 nein. Ja, was? Sehr schön. Sehr schön, Teammate. Oh, ich habe jemanden bekommen. Ich habe eigentlich nur irgendwo hingezielt. Aber umso schöner, dass ich da jemanden bekomme. Aber trotzdem sieht es aktuell nicht ganz so geil aus. Wo bist du denn? Sag mir mal, wo du bist. Äh, nicht hier. Doch. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Komm. Ja. Nein. Was? Mach her. Ach, da war noch Quater. Was machst du da unten? Ich habe mich gerade erinnern. Was ist denn da jetzt so passiert? Genau, oder? Komm schon hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anti-klimatisch. Oh, scheiße, bin gesprungen. Das war doof. Das ist so doof. Hätte ich nicht tun sollen. Hast du gut getan. Ich bin mir sicher, dass ich mich dann gekillt hätte. Hast du sehr gut getan. Das war schlecht. Na, das war schlecht. Ich kann nichts mehr machen. Schade drum. Aber. Teammates haben da noch gut gefärbt, tatsächlich. Aber das habt ihr trotzdem. Schade drum. Das habt ihr, das habt ihr. Oh. 1,3% Unterschied. Krass. Schade drum. Aber GG an euch. GG. Habt ihr gut gemacht. Ja, Fistbomb sogar. Bei mir nicht. Bei mir nicht. So. 2,7. Naja, war jetzt auch keine gute Quote hier. Das geht besser. Mal gucken, wie es in der nächsten Stunde aussieht. So. Mit dazu kamen jetzt noch im Gegnerteam Hannes und Clearyx. Alles klar. Und Maxwell ist jetzt auch mit in meinem Team. Mit, mit, mit. Wer war da noch jetzt? Kater. Kater war noch in meinem Team. Hast du wenigstens? Du hast jetzt kein Splatana mehr. Ein Glück. Ein Glück. Dann können wir doch jetzt so hoffentlich gewinnen. Vielleicht auch nicht. Aber zumindest sieht hoffentlich meine KD dann schon besser aus. Guck mal mal. Ich bin im Gegend nach dem Geflücken. Warte mal. So. Kann reinkommen. Ja, klar. Es muss auch erstmal reinkommen. Das ist auch ganz gut. Ich habe keine Tinte mehr. Ja, Hannes, habe ich dich. Ja, Moin. Okay. Das ist ein Ninja. Sei Dank. Oh, was? Yes, yes, yes. Sehr schön, Leute. Ah, schade. Ah, gut. Ewig konnte ich da jetzt nicht überleben. Aber hey. Ich bin mir von einem Gans getötet gerade. Ich war damit zufrieden hier. Trotzdem sieht unsere... Es sieht das aktuell nicht so gut für uns aus. Also ich habe ja eine hohe Reich. Ich wollte da nicht runterfallen. Oh, scheiße. Da kommt, da kommt, da kommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, macht jetzt mehr Sinn, kurz zurück zu springen. Oh, mein Gott. Habe ich von hier aus irgendwo eine gute Position? Ja, habe ich. Wie gesagt, wie steht denn? Oh, Dankeschön für die Rettung, Max. Du warst mein Lebensretter. Ja, mein Schutzschild ist auch prima aufgestellt, muss ich sagen. Echt, sehr nice. Oh, Mann, mein Schutzschild ist nicht richtig aufgeladen. Oh, mein Gott. Oh, gut gemacht. Oh. Hier, Teammates, sehr cool. Adnan. Ich habe aktuell noch meine Probleme mit der Sniper. Cool, cool, Hannes, cool. Du regelst das. Nein, das hat er nicht zu regeln. Ey. Ey. Oh, nein. Nein, ich kann nicht springen. Diese Strahlen, muss ich mir merken, ich kann, während die Strahlen da sind, nicht springen. Das finde ich gut. Und sonst sterbe ich. Ach, nein, ach, nein. Ja. Ja. Nein. Ich war fast draußen, aber nur fast. Oh, mein Gott, ey. Ich verteidige meinen Posten bis zum Tod. Ja. Das war dann gefahrt. Das hat sich genommen. Ähm, ja. Gut. Das habe ich gesagt. Komm, 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 jetzt. Die Blau. Au, was war das jetzt hier? Hannes. Das war jetzt nicht in Ordnung. Okay. Tatsächlich hatte ich hier ein besseres Gefühl von meiner KD her. Trotzdem sieht es schlechter aus in der Runde als davor. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber ja, okay, gut, dann ist das halt so, dann ist das halt so. Vielleicht, vielleicht wird es nicht so besser. Ich, 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 ja, ich brauche einfach vielleicht mal die andere Map. Wir haben ja noch die andere Map. Ich weiß jetzt nicht, welche Map das ist, die wir noch haben. Vielleicht läuft es da besser. Ich, ich kam hier auch noch mit meiner Reichweite, mit meiner guten Reichweite als Sniper, kann ich hier noch wenig arbeiten. Aber okay. Nächste Runde sehen wir mal weiter, wie es da dann läuft. So, dann jetzt Flunder Fun Park. Naja, nice. Ich musste jetzt leider zwei Runden rausschneiden. Eine Runde durch Disconnect, leider. Aber wir sind wieder hier am Start. Sehr, sehr schön. Wer ist jetzt bei mir? Max und Cleary sind bei mir. Das ist doch ganz nice. Und dann wollen wir mal loslegen. Flunder Fun Park finde ich eigentlich jetzt auch ganz cool, dass wir jetzt den Fun Park haben. Mal gucken, wie es hier drauf läuft. Hier kenne ich mich wenigstens in der Map so ein bisschen mehr aus, als bei der anderen Map. Von hier aus könnte ich den Arm auch mal ein bisschen schießen. Ist da jemand noch nicht? Nein, Kater, das machen wir nicht. Aua. Okay. Wer ist das? Hannes. Natürlich Hannes. Wer soll es denn sonst sein? Siehst du mich eigentlich Galaxy gerade? Nö, gerade nicht. Ich bin ja auch gerade gestorben. Und verstecken mich spielen wir gerade nicht. Daher bitte nochmal zocken, weil sonst ist es unwerd. Ja, ich gebe dir einen Freekill, wenn du mich siehst. Nee, 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 nee. Bitte nochmal zocken. Eieiei, ich muss flüchten, ich muss flüchten. Ein Krake kommt an. Hä? Dicker, ich kann dich eigentlich aus dem Kra... aus dem Heihammer rausholen. Warum habe ich dich gerade nicht rausholen, fremd Leerex? So ist es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade mit der Bombe es geschafft habe, kann es okay. So. Da kommt der Snipe. Hallo, wie geht's dir Galaxy? Ich seh dich. Nein! Was ist denn das jetzt hier? Was war das, Carter? Das fand ich aber nicht nett. Der Böse. Ich bin auch in der Mitte. Oh oh. Euer teammate laggt. Die Runde wird wahrscheinlich einen Disconnect geben. Ja, guck mal. Guck mal mal. Hab jetzt keinen Bock auf Disconnect. Hier euer Trommelschroppler. Ah, klasse. Klasse, wer ist denn? Trommelschroppler? Diese Aston, okay. Aber naja. Der hat sich gerade in ein paar Stellen wegteleportiert. Ah, ich dachte, ich kann ihn angreifen. Aber wen sind es alles hier zu down? Hey, der hat der Hai und Wal... Mein Hai und Wal-Fan sind Freunde, glaube ich. Ja. Ich sterbe nur durch diesen Hai. Ah, hier geht's runter. Das war jetzt nicht geplant. Nee. Ach, schade. Das war meine einzige Chance, jetzt da zu überleben. Äh. Ja, nee, es klappt. Fuck's. Ja, nee, es klappt. Ja, moin. Nein, nein. Ach, Mann. Bisher sieht es aber gar nicht mal so verkehrt aus. Nein. Du Hai, erwisch mich nicht noch einmal. Ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber, danke. Och, Mann. Ich sterbe nur. Ja, ich bin mit meiner Karte auch nicht zufrieden. Zwar sind wir gerade am Gewinn, aber ich bin trotzdem nicht mit meiner Karte zufrieden. Das könnte besser sein. Ja, ich hab keinen einzigen Kill, ich hab nur Deaths. Achso, das ist natürlich... Äh, Kill hab ich, glaube ich, auf jeden Fall schon. Ja doch, ein Kill hab ich mindestens. Bitte nicht, auch eine Karte. Aber dennoch blieb es beim... Lieb es von meiner Karte her leider nicht gut. Ich glaube, vielleicht 1,4, 1,5 hab ich. Schätzungsweise. Ich glaube, ich hab nicht so. Aber immerhin gewonnen. Immerhin. Jetzt mal gewonnen. Das ist doch eigentlich auch mal ganz gut. Man muss die positiven Seiten sehen. Und dann passt das auch schon. Ja. Na, 2,5 lag ich fast richtig. 3,3. Let's go. Yay, Katalogstufe um einen zu erhöht. Juhu. So. Ach, Max, 13,2. Okay. So, Walpen, der hier die ganze Zeit mitredet, der hat jetzt auch einen Sniper genommen und ist auch im Gegnerteam. Okay, dann gucken wir mal, wer die bessere Sniper von uns ist. Jetzt wir haben hier dieses Schwertmuschelreservoir. Okay. Na, gucken wir mal. Kann nur lustig werden. Du bist ja mit mir im Team, also ein Win ist ja schon mal vorprogrammisch. 100% Winrate, wie gesagt. Der High, der ist. Der High, der ist es. Ja, jetzt verlebt er sich so hart für den Spro. Sehe ich auch schon, kommt. Na, 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 na. Ich bin mein bester Freund. Nein! Wie ich daneben gezielt habe. Ich nicht, nein. Und ich sterbe. Ja, nein. Warte ab, mein Freund. So, wir, gehst du, wenn du irgendwann mal tot bist, mal ein bisschen base fahren, bitte? Ja, ich versuch's gerade. Das Ding ist, ich kenne die ganzen Snipes-Spots halt, ne? Ja, ich ja eigentlich auch. Ich zocke leider nicht so häufig Sniper. Oh, oh. Oh mein Gott, ich komme rein hier. Rausjumpen. Oh! Rausjumpen. Ich muss rausjumpen. Okay. Okay, von hier aus habe ich leider nicht so eine gute Sicht. Ich komme, Galaxy. Schuss. Hä? Ich habe es auf den Boden geschossen, weil ich dachte, du kämpfst da. Das war ein perfektes Snipes-Wunder. Oh, das war schön. Das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Oh nein. Was ist das hier? Oh mein Gott. Killing, 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 killing. Ich habe es geschafft, ich freue dich an. Bestes Teammate, bestes Teammate. Motivation. Oh mein Gott, ey. Was geht hier ab? Oh, oh, oh. Ich lebe es noch. Ich lebe es noch. Ja, okay. Oh, oh. Oh nein. Dennis, nein. Das war nicht so schlimm. Doch, doch, Carter. Das war nicht so schlimm, um wieder runter zu gehen. Hinter dir. Ey, gar kein, gar nicht mal ein schlechtes Spiel von meiner Seite. Oh, ha. Check one. Ich lebe mich gerade so schlimm an. So, wir sind ein bisschen einfärben. Ach, du hast mich gleich. Och, Manu. Mann, Warnfeld mal von meiner. Ach, du Mann. Oh Mann. Ich schaff's einfach nicht durch. Mann, Carter. Ja, das hast du. Also, du hast mehr Kills als ich. Ich lebe was? Ey, dieser Titten-Schock. Oh, ich hab noch Carter bekommen. Geil. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich weiß es aber eigentlich nicht. Oh, okay. Oh. Wir haben besser Base eingefärbt. Let's go, Base eingefärbt. Sehr schön. Aber jetzt ist eine Frage, wer hat mehr Kills? Ich natürlich. Naja, zwischen Walfan und mir, weil wir ja beide Sniper haben. Bitte, ich bitte, ich bitte. Ich glaube, also ich glaube ich nicht. Ich habe nur zwei, drei Kills, leider nur. Oh, doch mehr als gedacht, aber ob das ausreicht, ist die Frage. Das seht ihr nach der Werbung. Guck mal. Ich habe nur einen. Oh. Ja, moin. Ja, moin. Okay. Nice. Auf der nächsten Runde. So. Jetzt zwei Fälle in meinem Team, alles klar. Ich glaube, es ist jetzt die vorletzte Runde. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es ist die vorletzte Runde. Wir müssten danach noch eine Runde haben. So. Oh nein. Oh nein, gegen Max. Ich habe Angst. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Aber okay. Schon wieder halt hier die Map. Ah, ich bin... Also von der Map bin ich ja gar kein Fan. Dennis und ich wieder im Team, also irgendwie heute? Ja. Ich habe schon wieder vergessen, Base eingefärbt haben, Mann. Ja, das kannst du ja im Laufe der Zeit machen. Boah, wie ich am... Verfehle bin. Dankeschön. Ja, okay. Ich hatte eh keine Titte mehr. Ich muss gerade mich kratzen. Mich juckt gerade in der Stirn. Das ist so unangenehm. Ach. Einfach ignorieren. Ich kann nicht ignorieren. Es zerstört meine Konzentration. Tschüss, Kater. Und als Snipe sollte man sich gut konzentrieren. Tschüss, Max. Ah, jetzt, jetzt, jetzt läuft es hier. Oh, jetzt geht's los, ja. So. Kein Fern. Nein, nein, nein. Oh nein, nein, oh nein. Bitte. Nein, nein. Ich hätte nicht runterspringen dürfen. Ich hätte nicht runterspringen dürfen. Ich wollte einfach zu viel. Geht doch weg, Mann. Ja, geil, geil, geil. Nein, Kater. Holbro, hier wird's nix, Mann. Ey, das ist das. Oh, hier ist jemand, Kater. Hier ist jemand. Das ist doch ein Krasi. Guck dir, Blau. Da war doch gerade jemand. Nein, war doch keiner? Doch, doch, hier ist jemand. Und sonst wo man. Ey, unser Spawnmittel von der Hand ist abgekämt. Hier hinten bei der Ecke. Hier hinten bei der Ecke. Ich spamme erledigt. Ich bewege das. Max ist auch noch hier. Ich denke, dass er kann uns verarschen. Ich weiß, nein, das hält's. Ich lese dich wie ein Buch. Hier hinten. Da hinten. Da chillt er. Hier unten ist auch noch jemand. Was? Als Art. Ich muss den Hammer bekommen haben. Come on. Was? Sprüge. Also, Kater, das akzeptiere ich jetzt hier nicht. Das können wir noch umdrehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Max ist raus. Also, tot. Down. Wie auch immer. Ich dachte gerade, ich dachte gerade. Wacht. Ja, ich hab X-Men noch bekommen. Aber anders ist es kaum. Also, ich hab hier zumindest ein paar Kills. Also, es war nicht so abartig. Kater, was machst du hier? Hab ich dich? Ich meine, ich hab noch Kater. Das hat sich wenigstens dann gelohnt. So, eine Runde machen wir gleich noch. Und dann ist die Aufnahme auch vorbei. Ja, gut. Das war natürlich schlecht von mir. Ja, gut. Egal. Hat ja trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und das ist ja die Hauptsache. Und hey, ich hab immerhin sechs Kids. Zwar sieben Tote, aber das muss ja keiner wissen. Das muss ja wirklich keiner wissen. Ich hab da dann zwei. Wenigstens haben wir Spaß an Weihnachten. Genau. Aber das ist halt mal nicht. Richtig. Ja. Wir haben zwar schon fünf Runden gezockt, aber dadurch, dass jetzt Weihnachten ist, gibt es hier noch eine sechste Runde. Nee, eigentlich hab ich nur mich so ein bisschen verzählt, weil die Zeit nicht ausgereicht hat, um nachzuziehen, wie viele Runden wir hatten. Aber wir müssten jetzt schon bei fünf Runden gewesen sein. Meine ich. Bei zwei Runden musste ich rausschneiden. Das heißt, dann... Genau. Richtig. Dann sieben Runden hatte ich so gesehen eben gezählt. Das war, weil wir am Ende der Runde alle nochmal Last Christmas singen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Dann die abonnieren doch alle bei mir. Also, das ist das... Dann kommt sogar die Subscriber von vier Jahren so her. Ja, richtig, richtig. Meine toten Abonnenten, alle... Oh, nee, nee. Lassen wir mal, lassen wir mal. Aber ja, wir haben heute die Aufnahme mal im Stream gemacht. Der Grund lag darin, ich hab einfach... Eigentlich wollte ich die Aufnahme am Samstag machen. Jetzt, Tag vor Heiligabend, da wo wir jetzt auch den Part aufnehmen, jetzt zum Stream. Aber ich hab komplett vergessen, dass ich den Part hier noch aufnehmen musste. Da hab ich mir einfach so heute gedacht, gut, dann machen wir halt im Stream. Bevor ihr eher noch auswählt, können wir ruhig mal im Stream machen. Und ich sollte nicht auf Nahkampf gehen. Och, Nikis, ausgerechnet du warst das. Ausgerechnet du warst das. Also, ich hätte es ja jedem anderen gegönnt, aber dir? Oh, 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 oh. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Nein, 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 nein. Ich hab den High, ja. Das... Ich wollte nicht mal runterfallen. Ach so, das warst nicht du. Ja, das warst auch nicht du. Ich dachte, das warst du. Oh, was, nein. Ja, warte mal, hä? Dann waren wir bei... Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Ich dachte, wir sind so, let's go, dann ist wieder so, dann machst du Tina einfach. Ich bin verwirrt. Ja, auch noch so. Das sind eigentlich alles in meinem Team. Hannes und Walfeld. Ich hab meine Waffe jetzt. Ich hab's mit Ciao. Ich glaube, es gab keine einzige Runde, wo... Oh, Schildkater. Wo ich mit, äh, drei... Also, wo wir zu viert in einem Team waren. Immer nur das Gegenteil. Ja. Ich muss weg. Ich muss weg! So, Max ist down. Nein. Kata ist down. Ich will hier... Ich fall hier an der Hand runter. Ich will nicht runterfallen. Hilfe! Durch das Zielfernrohr sehe ich nicht, wie weit ich nach vorne laufe, ist das Problem. Ich brauche Hilfe! Ja, ich bin dabei! Gib mir den High! Ich muss fein färben. Komm. Ich werde verfolgt! Ah, jetzt hab ich den High. Ich bin auf dem High. Ich hab den High. 기를ponster weg! Das ist weg! Okay! Oh, let's go! Könnte drei Sniper! Nee! Zwei! Also von meiner Seite ein richtig gutes Spielsort Wäre geil, wenn wir jetzt hier nochmal gewinnen Aber ich weiß nicht, wie es aussieht Ich glaube, es sieht nicht gut aus Ich weiß nicht, wie es aussieht Ey, so gutes Spiel von mir Was? Sieht echt gut aus? Was? Ja, geil Nice Sehr, sehr schön Nee, nee, nee Nicht, dass du hier selbst so gut singst Dass ich ein Copyright-Problem kriege 3-3, ja, okay Sniper ist okay, aber Gebessere So, daher bedanke ich mich Fürs Einschalten Wenn die jetzt im Part sind Livestream geht noch weiter Aber, ja Der Part ist jetzt hier vorbei Vielen Dank fürs Einschalten Vielen Dank für alle, die mit dabei waren Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Und Tschüss Beenden oder fortsetzen Tschüss Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Untertitelung des ZDF, 2020